Hallo und willkommen zu Heikos Drum Lesson. Heute soll es um den, wer hätte es gedacht, im Intro gehörten Hi-Hat Groove Gang. Und da habt ihr gehört, dass auch das Hi-Hat doch sehr, sehr mächtig ist und durch so ein paar Akzente den kompletten Rhythmus verändern kann, selbst wenn Bass drum und Snare sehr einfach spielen. Okay, das geht jetzt ohne Umschweife los. Auf geht's! Musik 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 Ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und es hat euch etwas weitergeholfen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss! Musik